Was wird bei dieser jungen Dame gemacht? Sie kriegt eine fixe Zahnspange. Aber bei ihr ist es so, diese Brackets werden nicht einzeln auf die Zähne geklebt, sondern man hat vorher eine Planung gemacht und eine Schiene erstellt. Und diese Schiene nennen wir Übertragungsschiene. Und alle Brackets werden auf einmal mit einer Schiene auf die Zähne übertragen. Bei der Planung ist es so, dass man die Platzierung der Brackets perfekt planen kann, um ein perfektes ästhetisches Ergebnis zu kriegen. Bis zum nächsten Mal.